Und wie macht denn die Katze? Und wie macht der Hund? Ja, richtig. Und wie macht die Ente? Moritz, fuh mich mal an. Und wie macht der Fisch? Richtig. Und wie macht der Tiger? Moritz, wie macht der Tiger? Sehr gut. Ein bisschen abgelenkt, hä? Hallo. Wo ist die Nase? Wo ist deine Nase? Richtig. Und wo ist dein Mund? Ja, wo ist dein Mund? Ja, ich weiß nicht, wo macht der Hund. Wo ist dein Mund? Richtig. Richtig. Weißt doch, wo sind deine Augen? Genau. Und wo sind deine Ohren? Sehr gut. Und jetzt machen wir nochmal den Tiger. Hervorragend. Ich komme dich. Ich komme dich. Ich komme dich.